Sollen Ziele geheim bleiben? Das werden wir uns genauer anschauen in dieser Folge meines Podcasts. Mehr ist möglich. Der Alex Rusch Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo meine Damen und Herren, hier ist Alex Rusch und ich sitze hier in meinem Audio-Studio. Das hier ist nun bereits die Folge Nummer 2 im Jahr 2021. Sie haben vielleicht meine Folge am 1. Januar gehört mit den Plänen der Rusch-Firmengruppe für 2021. Auch heute geht es um das Thema Ziele. Wie Sie schon gehört haben in der Einleitung, geht es darum, ob Ziele geheim bleiben sollen. Sie werden einen Auszug hören aus dem Millionen-Bestseller, wie Sie das bekommen, was Sie wollen. Im Prinzip das ganze Kapitel über dieses Thema. Und dann, was auch spannend sein wird, was ich darüber denke. Ich weiss nicht, ob Sie es gesehen, gehört haben, ob Sie vielleicht auch dabei waren. Ich habe Ende Dezember einen Rusch-Ziele-Online-Workshop veranstaltet. Zum ersten Mal. Das war eigentlich eine ganz spontane Idee, denn ich habe gesehen, dass die Corona-Massnahmen vorgesetzt wurden. Sogar ziemlich extrem mit Shutdowns in Österreich zunächst, dann in Deutschland, dann sogar in der Schweiz. Und somit wusste ich, die Menschen sind vorwiegend zu Hause oder im Büro. Sie haben also Zeit. Sie sind nicht irgendwo auf einer Reise. Und ich weiss auch eben, dass viele Menschen Mühe haben, Ziele zu setzen, dass sie es für sich herschieben, dass sie es dann gar nicht machen oder sie machen es falsch. Und somit wollte ich eben den Menschen eine Anleitung geben, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, zweimal 90 Minuten, was hochspannend war, auch für mich. Als ich das konzipiert habe, was auch sehr kurzfristig war, nach dem Erfolgsfaktor Geschwindigkeit, habe ich dann geschrieben, man muss nicht mit einer Webcam teilnehmen, auch nicht mit einem Mikrofon, sondern rein nur mit der Chat-Funktion. Und da kann man auch nur seinen Vornamen eingeben. Damit man anonym bleibt und auch Dinge schreiben kann, die mehr oder weniger vertraulich sind. Und jetzt merken Sie schon, dass ich eben schon auch der Meinung bin, dass man Ziele eher geheim halten sollte. Nicht komplett, aber eher. Etwas radikaler ist der Millionen-Bestseller-Autor Raymond Hull. Und jetzt, wie versprochen, das Kapitel aus dem Erfolgspaket, wie Sie das bekommen, was Sie wollen, von Raymond Hull. Fünftes Kapitel Unbedingte Geheimhaltung Wenn du still bist, bist du sicher. Stille verrät dich nie. John Boyle O'Reilly In den vorhergehenden Kapiteln bestand dich darauf, niemanden Ihre schriftlichen Übungen zu zeigen und mit niemanden über Ihre Wünsche und Pläne zu sprechen. Halten Sie sich während Ihres ganzen Selbstentfaltungsprogrammes daran. Es gibt drei Gründe, warum Ihnen die Geheimhaltung hilft. 1. Es gibt leider viele Menschen mit negativen, destruktiven Charaktereigenschaften, die Sie mit Vergnügen kritisieren und entmutigen würden, wenn Sie von Ihren konstruktiven Plänen hörten. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang meiner Schriftstellerkarriere keineswegs von meinen Fähigkeiten und Aussichten überzeugt war. Zu dieser Zeit wusste ich nämlich noch nicht, wie ich an ein wichtiges, vollkommen neues Projekt herangehen musste. 2. Zufälligerweise erwähnte ich meine Pläne einer Dame gegenüber, die in Künstlerkreisen sehr bekannt war. Sie kannte mich kaum, aber sie sah an mir herunter und sagte laut vor allen anderen, Mr. Hall, Sie werden niemals Erfolg haben. Je weniger also solch boshafte Menschen von ihren Wünschen wissen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie entmutigen oder lächerlich machen können. Es könnte auch passieren, dass ein paar Freunde von Ihnen vielleicht in bester Absicht versuchen, sie von ihren Plänen abzubringen. Wenn Sie zum Beispiel erwähnen, dass sie abnehmen wollen, wird die Antwort wahrscheinlich lauten, gerade du brauchst doch nicht abzunehmen, wir mögen dich gerade so, wie du bist. Andere übervorsichtige Freunde werden vielleicht auf den Schwierigkeiten und Nachteilen in Zusammenhang mit ihren Plänen herumreiten. Wenn Ihnen zum Beispiel zu Ohren kommt, dass sie die Absicht haben, eine zeitaufwendige Fortbildung zu machen, so kann es gleich heißen. Ist das nicht eine blöde Herumspielerei? Das nimmt aber viel von deiner Zeit in Anspruch. Der Job, den du jetzt hast, ist vielleicht nicht gerade ideal, aber lieber den berühmten Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Sie könnten mit diesen wohlmeinenden Freunden wohl eine Diskussion vom Zaun brechen, aber warum sollten Sie Zeit und Energie damit vergeuden? Behalten Sie Ihr Geheimnis für sich, bis Sie alle vor vollendete Tatsachen stellen können. Dann sind Argumente überflüssig. Zweitens. Wenn Sie von Ihren Plänen sprechen, könnten einige, die davon hören, zu nett oder zu höflich sein, um Ihnen etwas Nachteiliges darüber ins Gesicht zu sagen. Das würde Sie jedoch nicht hindern, hinter Ihrem Rücken kritische und pessimistische Bemerkungen zu machen. Stell dir vor, gerade die will das tun. Die Gute hat doch nicht die kleinste Aussicht auf Erfolg. Er meint es gut, der Arme. Aber jetzt ist es zu spät für ihn, sein Leben umzukrempeln. Wenn Sie von Ihren Plänen sprechen, könnten einige, die davon hören, zu nett oder zu höflich sein, um Ihnen etwas Nachteiliges darüber ins Gesicht zu sagen. Das würde Sie jedoch nicht hindern, hinter Ihrem Rücken kritische oder pessimistische Bemerkungen zu machen. Auch wenn Sie sie mit den Worten zermürben, so denken Sie doch sehr wahrscheinlich an Ihren Misserfolg. Sie walzen diese Gedanken im Kopf herum und warten auf das kleinste Anzeichen dafür, dass sich Ihre düsteren Prognosen bewahrheiten. Die Atmosphäre, die durch die Kritik hinter Ihrem Rücken und durch negative Gedanken entsteht, ist Ihren Plänen ganz und gar nicht zuträglich. Übrigens haben gerade diejenigen, die Sie am besten kennen und am meisten lieben, solche negativen Gedanken. Dadurch, dass Sie eng mit Ihnen verbunden sind und Sie besonders gut kennen, glauben Sie, besonders geeignet zu sein, um Ihnen die Augen zu öffnen und Ihre Pläne zu vereiteln. Sagen Sie deshalb gerade Ihren engsten Angehörigen nichts. Drittens. Indem man über einen Wunsch oder einen Plan spricht, verpufft ein Großteil dessen, was man den psychischen Dampf nennen könnte. Mit dem Fortschreiten des Plans wächst auch die kreative Denkfähigkeit, die man leicht einbüßt, wenn man darüber spricht. Kreative Menschen bedienen sich dieser Denkfähigkeit, um ihre Pläne zu realisieren. Lesen Sie die Memoiren von Erfindern und Künstlern und Sie werden sehen, dass nur selten von unfertigen Werken die Rede ist. Viele Maler zeigen ihre unfertigen Bilder nicht. Viele Schriftsteller lassen ihre halbfertigen Manuskripte nicht lesen und diskutieren auch nicht ungeschriebene Ideen. Machen Sie es ebenso. Vermeiden Sie Widerspruch von anderen und stärken Sie Ihre eigene kreative Fähigkeit, indem Sie Stillschweigen bewahren. Es bedarf schon eines gewissen Einfallsreichtums, um so ein Geheimnis vor seiner Familie zu bewahren. So hatte eine Dame in einem meiner Kurse Schwierigkeiten ihre Notizen und schriftlichen Übungen vor ihrem Mann zu verbergen. Andere Teilnehmerinnen konnten dazu sofort Vorschläge machen. Bewahren Sie Ihre Übungsblätter in einem Kochbuch auf. Stecken Sie Ihre Notizen hinter das Foto in Ihrer Geldbörse. Bewahren Sie Ihre Übungsblätter im Wäschekorb auf. Es gibt in jedem Fall immer einen Weg. Reden Sie auch nicht darüber, wenn Sie schon einige Ihrer Ziele erreicht haben und das Ergebnis unbedingt sichtbar ist. Sie könnten ja jemandem sagen, ist es nicht wunderbar, wie ich dieses oder jenes geschaffen habe? Auch dann noch würden die Kritiker versuchen, ihre Pläne zu durchkreuzen. Eigenlob ist keine Empfehlung, würde es heißen. Das kannst du unmöglich fertiggebracht haben. Jahrelang warst du so und so. Du kannst dich nicht plötzlich so verändert haben, nimm mich also nicht auf den Arm. So oder ähnlich wäre der Kommentar zu ihren Plänen. Jesus hatte diese Gefahr erkannt. Deshalb riet er vielen Menschen, die er geheilt hatte, nichts davon zu sagen. Die Gefahr liegt auf der Hand. Skeptiker würden dem gerade Genesenen ins Gesicht sagen, du weißt doch selbst ganz genau, dass dein Leiden nicht heilbar ist. Es geht dir nur im Augenblick besser. Schon morgen kann es dir schlechter als je zuvor gehen. Deshalb behalten sie ihre Geheimhaltungspolitik auch bei, wenn sie ein Ziel erreicht haben. Andere sollen den Unterschied bei ihnen feststellen. Wenn sie denken, selbst eine Erfahrung gemacht zu haben, werden sie glauben, was sie sehen. Sie werden ihren Erfolg schon in die Welt posaunen. Jetzt, wo sich ihr Leben und ihr Charakter so merklich gebessert haben, kann es sein, dass sie jemand fragen wird, was haben sie denn unternommen? Erzählen sie keine Einzelheiten. Sie können dann ruhig eine generelle Antwort geben, etwa wie, Ich habe studiert oder ich habe Übungen gemacht oder Ich habe nach einem Programm gelebt, das ich in einem Buch entnommen habe. Wenn der Fragende weiterbohrt, sagen sie ihm den Namen des Hörbuches und lassen sie ihn seine eigenen Erfahrungen damit machen. Nur in einem Fall, der in Kapitel 12 behandelt wird, wird diese Geheimnisregel aufgehoben. Hier nun wieder eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln aus diesem Kapitel. Durch Geheimhaltung können sie ihre Ziele schneller erreichen. Durch Geheimhaltung vermeiden sie Kritik und Spott. Durch Geheimhaltung umgehen sie gut gemeinte Ratschläge. Durch Geheimhaltung vermeiden sie negative Gedankenbeeinflussung. Durch Geheimhaltung bewahren sie ihre kreative Denkfähigkeit. Lassen sie andere ihre Erfolge entdecken. Geben sie keine ins Detail gehenden Erklärungen ihrer Erfolge ab. Warum sollten sie ihre Pläne in die Welt hinaus posaunen? Rückschläge erwähnt man besser nicht. Erfolge sprechen für sich selbst. Und nun wird's spannend. Ich bin schon mehr oder weniger der Meinung von Raymond Hull, ich Alex Rusch, aber es gibt so kleine Abweichungen. Ich habe natürlich auch schon von Napoleon Hill vor Jahrzehnten gehört, dass man Ziele geheim halten sollte. Und das mache ich auch weitestgehend. Aber es gibt schon gewisse Unterscheidungen. Ich unterscheide zwischen Zielen für die Öffentlichkeit, Ziele für die Familie und Ziele, die komplett geheim sind. Sehen wir uns zunächst mal die Firmenziele an. Es gibt gewisse Firmenziele, die wirklich alle Mitarbeiter sehen sollten, damit alle in die gleiche Richtung ziehen, damit alle auch sie freuen, wenn Erfolge eintreten und damit man auch alle dann belohnen kann. Direkt oder indirekt. Dann gibt es bestimmte Firmenziele nur für die oberste Führungsebene. Es ist auch wichtig, dass hier konkrete Ziele vorliegen. Und dann die Firmenziele nur für den Inhaber oder die Hauptaktionäre. Sonst sollte diese Ziele niemand kennen. Das sind so die drei Kategorien für Firmenziele. Und bei den persönlichen Zielen gibt es meiner Meinung nach auch drei Kategorien. Einerseits die öffentlichen Ziele und dann die Ziele, die der Familie bekannt sein sollten. Plus aber auch noch geheime Ziele, die vielleicht nur Sie selber kennen. Vielleicht noch Ihr Powerbrand-Fast-Partner. Sonst aber niemand. Die Frage ist nun, welche Ziele sollen öffentlich sein? Und auch warum? Ab und zu möchte man ganz bewusst sich aus dem Fenster lehnen. Vor allem, wenn man besonders stark ist und mutig und entschlossen. Und das könnten dann zum Beispiel folgende Ziele sein. So und so viele Kilos verlieren. Zum Beispiel, jemand möchte 30 Kilo verlieren in einem Jahr und wird das einfach dann öffentlich kommunizieren. Aber die Person muss dann auch stark sein, damit es dann nicht heisst, ja, du bist ja gar nicht so dick und man muss sich doch wohlfühlen, genau wie wir es von Raymond Hall gehört haben. Ein anderes Ziel könnte sein, mit dem Rauchen aufhören. Dass man das öffentlich kommuniziert, damit der Druck überhaupt gross genug ist. Man möchte ja nicht sein Gesicht verlieren. Für solche Zwecke sind eben dann diese öffentlichen Ziele schon gut. Oder wer besonders mutig ist, der könnte auch das Umsatzziel öffentlich kommunizieren. So im Sinne von, wir verdoppeln unseren Umsatz. Das habe ich mal gemacht, vor vielen Jahren, da habe ich gesagt, ich werde in 14 Monaten den Umsatz vervierfachen. Das habe ich auf x Wegen öffentlich bekannt gemacht. Das haben Sie vielleicht auch miterlebt, wenn Sie damals schon Kunde waren beim Rouge Verlag. Nun, zurück zu Ihnen. Es geht ja immer auch hier um Umsetzung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie überhaupt schon Ziele festgelegt? Wenn nicht, sollen Sie das noch tun? Und dann sollten Sie auch aktiv überlegen, wer darf welche Ziele wissen? Jetzt haben Sie meine Meinung und Sie haben auch die Meinung von Raymond Hull. Und zum Schluss jetzt auch noch zwei Weiterbildungsempfehlungen, denn es ist ja wichtig, dass wir uns fortwährend weiterbilden und am besten mit grossartigen Weiterbildungsprodukten. Produkte, die man eben bei der Rouge-Firmengruppe findet. Das eine natürlich, das Erfolgspaket, wie Sie das bekommen, was Sie wollen, von Raymond Hull. Sie finden es unter www.hull-erfolgspaket.com Sie haben vorhin gemerkt, beim Auszug, dass hier wirklich die hohe Rouge-Qualität spürbar und hörbar ist. Der Hauptsprecher ist ein TV-Promi. Wir mussten sein Pseudonym benutzen. Er ist nämlich ein bekannter Showmaster im Fernsehen. Dann haben wir drei Nebensprecher. Wir haben eine tolle Musik, also richtig ein tolles Hörbuch, ein tolles Erfolgspaket, etwas, das man gerne auch drei, vier, fünfmal anhört. Es hat eben dort wirklich viel Substanz drin. Es ist absolut grossartig. Und zwar ist keine Hintergrundinformation. Ich habe 15 Jahre ungefähr gebraucht, um die Rechte dafür zu bekommen. Die exklusiven deutschen Hörbuchrechte. Ich bleibe dran, weil es eben wirklich ein Mega-Bestseller ist. Ein Millionen-Bestseller. Mega-Inhalte. Ich weiss noch, ursprünglich habe ich davon gehört, von Jürgen Höller, Motivationstrain Nummer 1 in Deutschland. Und ich habe es auch gehört von Andreas Ackermann, einem bedeutenden Mentaltrainer in der Schweiz. Ich habe das Buch dann gelesen, regelrecht verschlungen und ich wollte dann unbedingt die Hörbuchrechte haben. Es war aber gar nicht so einfach. Ich blieb dran, ich blieb dran, ich blieb dran, bis ich dann diese Rechte hatte. Es ist wirklich ein Leckerbissen, dieses Erfolgspaket. Das muss man einfach haben. Danach die zweite Empfehlung. Mein Erfolgspaket noch erfolgreicher mit Zielen. Ein Bestseller-Erfolgspaket. Infos dazu finden Sie unter www.ziele-erfolgspaket.com Es ist nicht ein neues Erfolgspaket, aber schon damals war eben die hohe Rouge-Qualität vorhanden und die Inhalte sind ohnehin zeitlos. Und ich meine, auch das ist ein absolutes Muss. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und wir hören uns dann schon wieder in der nächsten Folge. Es wird 2021 auch drei Folgen pro Woche geben. Und immer kurz und prägnant. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.